Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 16. November 2021. So etwas habt ihr sicher noch nicht gesehen. Eine Tongruppe namens Team Bobo B.A. hat auf Istanbul Geschichte geschrieben. Ihr gelang eine Übung namens Bobo B.A. Käre. Teamleiterin Bobo B.A. sagte, ich hatte ein wenig Angst, weil wir so hoch in der Luft waren. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich habe Wichtigeres zu tun. In der Welt geht es wohl wirklich vorgibt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Hot Kid Zeit. Der 16. November war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Ah, gut Job Hot Kid.